Hey, Clem, you got anything to eat? Vex is dying here. Alvin, I told you I'm fine. Sorry, I'm out. Wish we still had those juice boxes. Yeah, me too. That man said he had food in the station. Mind checking it out? Maybe we could spend the night here. Sure. Thanks, Clem. Und Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen. Zurück zu einer neuen Folge hier in The Walking Dead. Episode 2, Staffel 2. In der letzten Folge haben wir einiges wieder erlebt. Also wir haben die Brücke überquert, Zombies abgeschlachtet. Und da war ein Typ mit einer Knarre. Der wollte uns sogar helfen, aber dann hat Nick ihn leider erschossen und ist von der Brücke gefallen. Ja, war jetzt nicht so eine geile Aktion. Nick wollte natürlich nur helfen zwar, aber das war nicht schön. Aber man merkt, dass man selber leiden musste. Ich bin sicher, dass sie mich gerade jetzt sprechen. Luke, er hat ein Gefahr für die Gruppe. Wer war dieser Mann? Ich versuche. Es sah wie er ihr euch aufhörtert. Ich dachte, er war mit Carver. Ich dachte, er war mit Carver. Es ist so nett. Böhm. Wenn Alvin ist in front of mir, er nimmt diesen Schuss. Was für ein Scheiß. Vielleicht ich werde es verlieren. Ich weiß noch nicht mehr. Gott, ich bin Hunger. Was ist es für jedenfalls? Böhm. Böhm. Was ist falsch? Ich lasse meine Beine zurück in die Kabine. Es war Pete's. Er hat es mir gegeben. Was? Wirklich? Danke. Das ist Pete's. Danke, Clem. Du wirst nicht mehr Zeit. Das bringt ihn dazu, dass er wieder normal wird und mit ihm redet. Ach so. Aber ich frage mich dann immer noch, warum Clementine das dann mitgenommen hat. Als würde sie hell sehen können und sagen so, yo, Nick wird Pete verlieren. Pete wird, ja, halt brutal ermordet. Und Nick wird irgendwie durchdrehen. Und dann wird sie ihm das geben, um dann alles ein bisschen zu verbessern die Situation. Okay, alles gut. Anscheinend ist Clem eine Wahrsagerin, eine Zukunftsblickerin. Aber wir schauen erstmal ein bisschen in der Hütte nach und suchen nach Futter. Ja, man muss sagen, nette Menschen in der heutigen Zeit gibt es sehr selten, ne? Auch in unserer Zeit, sage ich mal, kann man nicht jedem vertrauen. Aber auch in dieser Zeit jetzt in der Apokalypse ist eigentlich so, ja, ein guter Mensch, ein hilfreicher Mensch schon Gold wert, ne? Muss man so sagen. Was haben wir hier? Eine Truhe. Ich glaube, das Essen war hier drin sogar. Er meinte ja, die haben Essen gehabt. Oder der Typ zumindest hat er Essen gehabt. Von der Brücke gefallen ist er ja. Leere Dosen. Ein Mann hat gesagt, er hat viel Essen gehabt. Es muss noch etwas sein. Aber nur Pfirsiche, oder wie? Oh, ist besser als nichts, ne? Lieber Pfirsiche als keine Pfirsiche. WM. Ja, Schwer ist gut. Oder Messer. Ja. Gut zum Wehren, gut zum Verteidigen. Ah, und ich kann es selber reinschieben. So, machen wir mal Klim. Oh, yeah. Ja, Essen hat er zwar, aber auch nur zwei Dosen. Das reicht nicht für eine ganze Gruppe. Außer jeder ist nur ein Pfirsich so. Aber, naja. Er wollte eigentlich ja helfen, eigentlich. Aber das war halt ne dumme Aktion. Ich bin kein Jurist, aber das ist straight-up-Murder in meinem Buch. Ich meine, hast du noch jemanden, der so etwas zu tun hat? Eigentlich, ja. Ja. Was ist passiert? Eine Frau in unserer Gruppe. Ihr Vater stirbt. Und dann hat sie diese andere Frau geschossen. Verdammt. Was hast du getan? Mein Freund hat sie verabschiedet. Huh. Und dann hat sie unser Auto verabschiedet und uns verlassen. Huh. Lily's Law. Mit ihrem Vater. Wie ist denn nochmal der Vater? Larry. Genau, Larry. Auch so ein Idiot, zwar. Aber er ist sehr respektlos gestorben. Ist ja in Episode 2 gewesen in der Farm. Herzenfarkt und so. Dann wurde einfach sein Kopf versprengt von Kenny. Ich muss aber echt sagen, von allen Episoden finde ich die Episode 2 mit der Farm am besten, weil es einfach so krank war in Season 1. Ähm, ich würde sagen, die Gruppe sollte es entscheiden. Ja, eigentlich schon so. Aber ja, Rebecca ist schwanger und sie braucht auch das Essen, ist ja klar. Ist ja klar. Würdet ihr das Essen einfach so einer Person geben und dann sagen so, nimm es einfach mit so? Hm? Zombie-Horde? Ja. Walkers. Wir haben hier ein Problem. Ja, wir haben es gesehen. Alles klar, wir gehen auf. Schon nervig, äh, Zombie-Horden immer. Man muss immer in Bewegung bleiben und dann noch wenig essen. Das ist einfach da, wird man aber irgendwann schwach. Ach, er ist jetzt hier schon. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, einfach so ein Baby zu tragen in sich. Das muss eigentlich so ein merkwürdiges Gefühl sein, in sich noch eine... Ja, wie soll ich sagen, was Leben ist, in sich zu tragen? Irgendwie diese Vorstellung, als Mann, ist schon, ist schon krass, oder? Also deswegen, an die Frauen, die tun mir schon auch ein bisschen leid. Weil neun Monate Schwangerschaft, äh, ist schon nicht ohne. Ähm, hat ein Baumhaus gehabt. Ja, da geht's. Ich hasse es. Oh. Leider ist selber O gesagt. Du hast dein Baumhaus aber Gas, Clementine? Ich dachte, dass sie jetzt voll gemocht. Season 1 Episode 1, als Lisi gefunden hat, oben am Baumhaus. Mit dem Walkie Talkie, als noch ganz klein war die Clementine. Ja, danke. Du hast einen guten Grip? Ja. Du warst als Kind? Wir mussten an den Räumen hochgelassen. Das war lustig. Das klingt schuldig. Ja. Ja, das war. Der Trick war nicht, um nach unten zu schauen. Oh, oh, oh. Du bist gut. Du bist gut. Schau mal an mich, okay? Du bist gut. Ich habe nur, nur zu lang. Nur für eine Sekunde, okay? Ich weiß, dass ich gut bin. Ich versuche, zu helfen. Ja. Sehr gut, Clem. Okay, dann machen wir weiter hier. Ja, ich mache so Clementines Art jetzt. Sie ist auch ein bisschen ernster geworden. Nicht mal so ein dummes, naives Kind, sage ich mal. Oder was heißt dumm? Ich meine, sie war da erst acht, neun. Ist ja klar, dass sie noch ein bisschen naiv ist. Aber jetzt ist sie schon auch viel, viel reifer und ist nicht mehr so, ja, naiv. Und das ist auch ein kleiner Raben. Ich hasse Raben. Ich hasse generell Vögel. Ne. Ne. Ich lebe in Berlin. Und da sind die Vögel oder auch die Stadttauben. Einfach eine räudige, pflegende Ratzen. Taschlampen. Ne, ein gutes Zeichen. Und das ist die besagte Stelle, wo viele damals bestimmt ausgeflippt sind, als das Spiel neu rauskam. Schon eine krasse Wende. Wir alle lieben ja die The Walking Dead 3 wegen den Figuren. Auch vor allem aus Season 1. Lee. Omid. Haben wir auch so gemacht. Ben haben wir dann auch am Ende des Spiels bestimmt ein bisschen sympathisch gefunden. Er war einfach ein bisschen dumm. Wer bist du? Hast du versucht, uns zu robben? Entschuldigung, honey. Aber warum bist du ein verdammter Thief? Wegen diesen Figuren. Hey, Mann. Du kalt den verdammt. Sarah, geh hinter mir. Sag uns, wer du bist. Wir sind nicht hier, um niemanden zu robben. Lass die Hände runter, Mann. F*** das. Oh, 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 oh. Bitte, mach nur was er sagt. Und ja, das ist der Kenny, Alter. Scheiße. Heilige Scheiße. Sag mal, heilige Scheiße. Ist das nicht schön? Boah, Gänsehaut, obwohl ich es schon kenne. Gänsehaut. Einfach nur Gänsehaut. Oh, die Musik. Oh mein Gott. Ich heul gleich wieder. Ich nehme das als ein Ja. Diese Leute mit dir? Ich kann innen sprechen. Great. Ich habe gerade Abendessen angefangen. Bist du sicher, dass du nicht mindest? Es wird bald stormen. Bitte, komm in. Toll. Ja. Kenny. Eine, 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 eine Person, die auch Clementine retten wollte, als Clementine entführt worden ist, sage ich mal. Von diesem unbekannten Typen. Ähm. Ehrenmann. Hat seine Frau verloren, sein Kind. Trotzdem war er immer derjenige, der weitermachen wollte. 10 vor 10 Charakter. Ehrenmann. Aber. Ich sag mal so. Der Kenny wird hier nicht ganz verschont. Leider. Ja. 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 Da. Ja. Ja. Da kannst du deine Whilege. Ja. Ja. Da kannst du mir, sie sind gut, woher ich gut bin, dann ich gut bin. Ja. 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 Wir sind cool, Clementine. Sie sind cool. Dad, schau! Ein Weihnachtstück! Was denn, Sarah? Ist das nicht großartig? Wir haben es alles in Storgen gefunden. Es ist unglaublich. Wenn ihr alle folgt, dann zeige ich euch, wo ihr seht. Hm, Kamin. Ich habe, glaube ich, noch nie einen richtigen Kamin gesehen, so was Großes. Ich muss es mal machen. Bestimmt richtig gemütlich, wenn man so einen Kamin vor sich hat. Schön Wärme, schön Licht und so. Ich war leider nie im Skiurlaub. Bin nicht so der Fan von Ski oder Ski oder Snowboarden und so. Aber wäre vielleicht mal was Schönes in so einer Hütte, hm? Du weißt, ich habe mich überrascht, zu sehen, Lee neben dir zu sehen. Sie waren wie zwei Pee in einem Pott. Oh, Scheiße, ich wollte nicht... Es ist einfach schwer, nicht darüber zu denken, du weißt? Er hat mich gerettet. Ich wusste es. Ich wusste, dass er es würde. Der Mann hatte ein Feuer in ihm, sicher ist Scheiße. Du aber auch, Kenny. Der hat auch das alles angetrieben, der Kenny. Er war ein verdammter Mann. Ich... Und mein Sohn... Er hat ihn geholfen. Ich werde das nie vergessen. Also, woher endete du? Aber hätte jetzt Lee sehr viel Scheiße gebaut, hätte dann Kenny nicht so gut über ihn geredet? Weiß gar nicht. Krista und Omeed. Omeed... Well... Krista und ich waren zusammen für ein paar Jahre. Aber diese Leute haben uns gefangen. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie muss tot sein, eigentlich. Ich wünsche mir, dass ich dich später gefunden habe. Ich wünsche mir, dass ich dich später gefunden habe. Ich wünsche mir, dass ich dich später gefunden habe. Alles wird jetzt gut sein. Wo hast du? Wo hast du? Ich versuchte, dass du da rauskriegst. Ich versuchte, dass ich das verdammte Böden zu retten habe. Dann wurde es in eine verdammte Klasse. Ich konnte das Kind nicht helfen. Aber ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin glücklich. 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 Und dann habe ich mit Sarita. Danke Gott. Gott, es ist toll, dich zu wiederkommen. Sie sind die beiden? Clem? Das ist meine Freundin, Sarita. Sie ist nicht schön. Schön, dich zu treffen, Clementine. Hey Walt, wo ist Matthew? Du bist noch da draußen rum? Natürlich ist er. Na, ich werde mit dem Essen beginnen. Carlos, richtig? Geht's mir, wenn ich deine Tochter für eine secretische Mission stelle? Bleib in der Lage, Frau. Können wir nichts, um zu helfen? Wir nutzen eine Hand außerhalb. Wir haben viele Zutaten, bevor der Sturm kommt. Klar. Clem, warum kannst du mit dem Essen helfen helfen? Das finde ich schade. Kenny hat mir das Beste verdient. Ja, danke. Excellent. Willst du mir ein bisschen Essen vorbereiten? Ich habe jetzt auch selber ein bisschen Hunger. Er und Sarita haben eine große Hilfe. Lange Geschichte. Wir sind alte Freunde. Ich kenne dich nicht. Können wir sagen, ich kenne dich nicht. Wir sind Freunde. Es ist nur eine Geschichte. Also wir haben einiges durchgelebt. Da würde man ein Buch drüber schreiben können. Oder auch ein eigenes Spiel entwickeln. Die Verbindung mit Menschen ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, was ich ohne Matthew mache. Sie erinnert mich an meine Studenten. Ich kann mich nicht vorstellen, was es so wie, in der Mitte all dieses. Matthew. Ich komme gut zurecht. Es war nicht leicht. Ich komme gut zurecht. Aber Clem hat immer so einen Blick, immer so einen abgefuckten Blick. Okay. Ich nehme das als ein Kompliment. Danke. Hm. Almost fertig. Würdest du mir die Ehre, den ersten Kurs zu essen, Madame? Ja, die sind mal höflich. Sieht toll aus. Ich bin nicht der größte Bohnen-Fan. Aber warum nicht? Erstens essen. Hm, hm, hm. Und da fängt es jetzt schon ein bisschen an wegen Matthew, ne? Die haben ja schon nach Matthew gefragt. Die haben sich gefragt, wo er ist. Und auf dem Messer war ja auch ein W und ein M. Der heißt ja Walt und das M steht bestimmt für Matthew. Ja, ich denke, wenn man ein bisschen logisch denken kann, weiß man, ne? Die Aktion von Nick, ne? War jetzt nicht so. War jetzt nicht so. Deswegen, ne? Muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen. Weihnachtsbaum. Vor drei, vier Monaten war er schon wieder Weihnachten. Schon wieder mit März, Alter. Das ist geisteskrank. In neun Monaten ist wieder Weihnachten, Leute. Das ist ja... Das ist ja krass. Das ist zu krass. Aber so ne, so ne Schiute ist schon echt ne... Ich kann mich sicher. Es ist so was Großes. So viel Wärme und Unterkunft. Wir können uns sicher sein. Sie können uns tracken. Tracken? Wer denkst du, sie sind? Ninjas? Clem. Luke sagte, du hast ein paar Leute im Vallei gesehen. Leute? Da unten? Wie? Sie hat Binnokulare, Genius. Ja, ja. Ich sah Licht. Welcher Weg ging sie? Zurück in die Wälder. Wir können keine Chance nehmen. Wir lassen sie am Tag. Aber wir sind hier für heute hier sicher, oder? Clementine, du sprach mit dem Mann Walter, oder? Was hat er gesagt? Du hast ihm nichts über uns gesagt, hast du? Wir müssen uns vorsichtig sein. Sie könnten etwas schütteln. Er hat jemand anderes erwähnt. jemand anderes? Wer? Sein Freund. Sein Name ist Matthew. Danke. Schau, ich weiß nicht was dieser Mann gesagt hat. Wir stehen hier heute Abend. Sie sprechen einfach mit dem anderen. Sie glauben dir. Sie glauben, was du herausfinden kannst. Ich gehe nach Luke finden. Lieber, ich fühle mich nicht so gut. Was ist falsch? Ich brauche nur etwas zu trinken. Du hast es. Ich werde gleich zurück. Aber sag mal so, ne? Also ich sage es immer wieder. Lieber Clementine als die ganze... Äh, nicht Clementine. Doch, klar Clementine. Aber lieber Kenny als die ganze Gruppe. Bin ich ehrlich. Ich rede mal nur kurz mit Rebecca. Will sie vielleicht mit Clementine Leine reden oder so? Oder geht es dir wirklich nicht gut? Und... Hm? Da noch in so einer Zeit, ne? Es wird nicht leicht. Das muss man dir auch leider sagen. Es wird leider nicht leicht. Hm? Ich weiß, es wird schwer sein. Aber gleichzeitig... Ich fühle mich schon ein bisschen weniger schuldig. Weil ich weiß, dass egal, was passiert. Ich werde jemanden neuen treffen. Sie kippt. Willst du hören? Das Essen ist gut, hm? Es ist okay. Ja, komm. Kann ich? Rebecca ist ja voll in Ordnung. Sie ist ja nur einfach gestresst wegen der Schwangerschaft. Und auch wegen der Zeit. Alles drum und dran. Anfang war sie ein bisschen zickig drauf. Aber wie gesagt. Es ist Geschichte. Es ist Schnee von gestern. Es ist nicht seine. Oh. Jetzt fängt schon wieder ein bisschen das Gossipen an hier. Woher, woher weißt du das denn? Wie wirst du das denn? Ich mache es nur. Wir haben so lange versucht, und dann... Alvin findet heraus, dass er mich tönt hat. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich kann nicht glauben, dass ich ein bisschen was für ein Geist. Ich weiß nicht, dass es nichts weirer ist für mich. Ich... Ich würde nichts sagen. Ich würde nichts sagen. Ich würde nichts sagen. Da ist mein Mann. Ich muss mich mal vorstellen. Ihr habt eine Frau, eine Freundin. Ihr wollt ein Kind haben. Und, und, und... Dann habt ihr schon mehrmals probiert, sag ich mal. Und dann hat es nicht geklappt. Und dann sagt sie, das ist nicht dein Kind. Ich glaube... Aber ich meine es. Ich liebe dich auch. Du bekommst etwas Rest. Geil. Also... Ja... Gibt es schöneres zu hören. Sagen wir es mal so. Ähm... Dann jetzt raus, oder wie? Oder was sollen wir jetzt machen? Aber wenn wir mit den anderen reden, warum... Warum... Klemm, warum so sad? Ich will gerne mit Kenny reden, wenn es geht. Oder müssen wir jetzt erstmal uns ein bisschen... Ähm... Einfach umschauen. Wegen den Peaches, wegen den Pfirsichen. Ne? Das ist eben so das Problem. Man hat ja auch eine Hütte gehabt. Diese kleinen Hütte. Ich glaube, darüber kann man sich schon... Äh... Ja... Gedanken machen. Oder man würde sagen, Gegend ist gleich. Ware ist gleich. Wäre jetzt... Ist jetzt nichts Schlimmes so. Aber... Ich glaube... Ja... Ja... Nicht gut, diese. Wir kommen mit Serida. Ich glaube, wir müssen noch mit ihr reden. Bevor wir weiterziehen können. In The Walking Dead. Staffel 2, Season 2. Hier, Sarah. Du gehst das und schreibst es dort. Genau. Ja... Ja, definitiv. Ja, definitiv. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur den Topper. Wir hatten immer einen Engel auf dem Tisch. Meine Familie hat nicht Weihnachten zu Weihnachten. Aber ich liebe die Dekoration. Was ein lustiger Junge. Da ist noch ein Kamin. Wo war denn hier noch ein Stern? Vielleicht oben? Oben würde ich sagen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir gucken einfach mal. Warum nicht so? Schadet ja nicht. Kiste. Hier. Vielleicht. Ah, Tatsache. Hier ist ein Stern. Wir nehmen einfach einen Stern, oder? Oder können wir auch den... Nein, nein, nein. Klemm. Was machst du denn, Klemm? Gut, dann können wir auch einen Engel nehmen. Engel oder Stern? Ist eigentlich egal. Na komm, machen wir Engel drauf. Ich glaube, spielt jetzt keine große Rolle, ob Stern, Engel, oder... Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Sie sieht so cool aus. Dankeschön. Sieht echt cool aus. Ich mag Sturida. Ich mag Sturida. Der jetzt schon. Also sehr empathisch. Toll, toll. Wie sieht er aus? Wann kommt er zurück? Wann kommt er zurück? Wie sieht er aus? Fragen wir mal. Wie sieht er aus? Oh, er ist ein wunderschönes Mann. Ein bisschen schulter als Walter. Er sollte bald wieder zurück sein. Klemm, ich wollte dich fragen. Kann er dir anders aussehen? Ich habe ihn nicht vorher kennengelernt. Und, naja... Ich bin gespannt. Er hat sich bestimmt geändert, aber... Ich denke, er ist immer noch der alte Kenny, die damals... Also, ja, ist alles okay. Mhm. Schön. Okay. Alles klar. Ich konnte nicht fliehen. Gut, alle. Essen ist serviert. Kommt, wir essen. Habt gesund und ciao. 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 Ciao.